Hallo, ich bin die Vicky Schnarabäck, ich bin Kapitänin der österreichischen Nationalmannschaft und Spielerin des FC Bayern München. Ich komme gerade vom Training, soll zwei Stunden in Linz sein bei der Gala. Hoffentlich geht sich das aus. Für mich ist es ja heute das erste Mal, dass ich mit Globair reise und auch mit einem Privatjet. Das ist wirklich ein Komfort und das schätze ich sehr und sehe jetzt gerade an meinem Beispiel, dass wir am Stau gestanden sind, dass das total praktischer ist. Wir sind gerade mal abgekommen und wir werden gleich wieder landen, also das ist schon wirklich ein Wahnsinn, wie schnell das geht und wer mit dem Auto undenkbar. So, wir sind hier angekommen und wie man sieht, ist alles gut gegangen. Wir sind jetzt da bei der Galanacht des Sports und es war einfach angenehm und super mit Globair zu reisen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.